Aber wie immer erstmal gucken, ob es mir was Neues gibt zum Freischalten. Aber sieht gut aus, dass ich diesmal nichts machen muss. Die letzte Schlacht gegen Bu fängt gleich an. Bist du bereit? Klar. Was soll ich noch machen bis dahin? Es gibt nichts zu tun. Oh! Wait a sec, Vegeta. Is it just me or is his energy increasing? Es ist nicht möglich. Er ist zurückgezogen. Er ist zurückgezogen. Er ist zurückgezogen. Was bedeutet das? Der Ma-Jin-Boo hat Bibbidi created war das E-VIL-Incarnate. Es ist etwas, was er selbst nicht kontrolliert. Es war nicht bis der Mildmannered Grand Supreme Kai, das Bibbidi konnte endlich kontrollieren. So what you're saying is this little boo now is even more of a handful than what we've been dealing with? Yes. Absorbing others had a dampening effect on him, but now, now his evil is unrestrained. He's lost all self-control and is again pure evil. Er ist zurückgezogen. Er ist zurückgezogen. Er ist zurückgezogen. Er ist zurückgezogen, oder? Die anderen! Petita, hier! Ich werde uns alle weg von hier raus! Ja, auf mich! Es ist kein Wunsch. Wir werden es nicht machen. Ich kann nicht die Inset-Transmission schnell genug benutzen. Es ist kein Wunsch. Bloop. Ja, und Mr. Satan lebt auch noch. Das ist einfach der beste Gag immer. Ja, wir haben. Aber Gohan und die anderen. Und die Erde. K-Kakarot? Was hast du gemacht? Warum hast du diese Fools nicht gemacht? W-W-W-Wat über die Erde? Es ist weg, ich glaube. Es ist nichts, aber mehr Platz zu bringen. Gah! G-Earth? G-Gone? Haha! Was bist du? Wir stehen auf dem. W-W-Wat? Ja! Ich weiß was, was gehts. Es ist alles ein Traum. Haha! Ja, es ist nur ein Traum. Dammit, Kakarot. Gohan und die anderen sind alle totale, weil du das Dämmige entschieden hast, zu retten. Und jetzt die Erde und alle auf dem, können sie zurückkommen. Wir sind zurück. Die Dragon Balls, die einzige Säfety Net wir haben, sind weg. W-W-Wat? DRAGON BALLS?! Warum in der Welt waren wir DRAGON BALLS auf der Erde? Das sind die Verbotten, Powerful Objekte, entrusten zu nur den Namekians. Niemand anderes sollte sie haben. Das ist richtig. Wenn wir zu Neu-Namek, die Neu-Grand-Elder sollten uns die neuen DRAGON BALLS geben. Wir können das! Wir können die Erde zurück zurückgehen, und alle die von der Böe-König durch die Böe! Mit Planet Namek zurück, ich sollte das mit dem Planeten zwischen den anderen Planeten und dem Problem werden. All right! Jetzt sprechen wir. Take a look! Majin Böe ist zurück in seine Form. Geh! Hier, gib deine Pitara zu Goku und Vegeta. Sie sollten ihn wiederholen, wenn sie wieder füge. Right. Na, wir brauchen das. Ja, das Füge ist wirklich nicht für uns. Ich will ihn auf meinem eigenen, aber... Besonders, er ist nicht mehr auf jemand anderes' Macht. Das würde ich gerne hören, Kakarot. Du sprichst endlich wie ein Saiyan. Boom! Haha! Als wäre Mr. Lathans Chance gewesen. W-Wa-How the hell did he get here? Woah! I can't believe this. He saw my instant transmission before and copied it. Well, whatever. That saves us some trouble. We'll just end this here, then. Get out of here! Find some faraway planet and take everyone with you! Uh, okay. Oh, right then. I guess we don't have much of a choice. Pay no mind to this world of ours. Go all out and show that monster what for! Good luck! Oh no! I forgot to bring that Satan fella with us! Forget about him for now! Mm-hm-hm-hm! Alright! Who's going first? Let's find out! Rock! Paper! Paper! Sisters! Yes! Yes! I win! Woohoo! Tch! At least I'll finally be able to see this Super Saiyan 3 of yours. Yeah! Let's do this, Boo! Hmm? Hey! He's sleeping! Are you little? Are you messing with me? I'm so excited! The final battle! The one that will decide the fate of the universe! Here it goes! Oh yeah! Na toll! Haahh! Haahh! Yaah! Tuck! 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 Let me use them! Tuck! Tuck! Get us! Tuck! Tuck! Toots. Ah! 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 You gotta be kidding me! Ah! 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 Ein Oh nein! Ich bin wirklich ein Zucker! Ha! Ein Bonbon! Und ich konnte nicht kämpfen! Uhhhhhhhhh... Ich musste leider eine Bohne verwenden. Ich kann immer aufhören, mich in Bonbon zu verwandeln. So, zeitvolle Power mitzumachen. Hmm... Dü, 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 dü... Hm. Boom. I've got a lot more with that kid, probably. It's not over yet. Scheiße. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Die haben so unnötig viel zu schnell gemacht. Na ja, immerhin. Auch ohne ein Bombon zu sein, werden mich, äh, gewisse Menschen vernaschen wollen. Kannibalen zum Beispiel. Ja. 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 Ohne Scheiße, ey. Du bist nicht der Stärkste, aber du kannst wenigstens den Big Bang Attack machen. Big Bang Attack! Du bist so lange, Kakarot! Ja! Ich glaube nicht! Galeck Gun! Galeck Gun! Tipp! Zwar nur mit Key, aber drauf geschissen, ey. Sieg ist Sieg. Ich werde dich im Moment wiederholen. Der Great, Mr. Satan! World's Martial Arts Champion, wird dich in deine Platz. Ja, das ist es schwer. Es ist ein Fynnig, aber man. Ich habe es. Ich weiß, es ist ein Traum. Aber es ist nicht so, dass es eine sein ist. Huh? Hey! Es ist Boo! Was ist in der Welt passiert? Der größere Majin Boo hat eine starken Freundschaft mit Mr. Satan Das Boo muss haben ihn verletzt, zu verletzten Mr. Satan und verletzten den Attacken! Das erklärt, warum er ihn aus dem, dann! Aber ehrlich gesagt, verlieren den Satan-Fellow in dieser Kampf würde wirklich nicht ändern. Indeed! Ich liebe dich! Du Bully-Satan! Boo! Kakarot! Jetzt ist deine Chance! W-Well? Hast du genug Energie jetzt oder was? Oh, nein! Oh, nein! Ich bin eigentlich... ...losing... ...power! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Kerine Ahnung! Du bist soartier! Du bist soartier! Du hast du dein Energie zuerst. Nicht nur normalerwene! Oh, das schuldige. Es hat viel einfacher als ich niemals war. Ich denke, Sie sagen 3, es kann doch auch deinen Anerkennen Wenn du hier bist... Es sieht aus wie wir komplett verabschieden sind. Ich kann nichts anderes hier tun. Supreme Kai, Dende. Du kannst du sehen, was hier passiert, kannst du? Kannst du mich hören? Wenn du kannst, dann antworten mir schon! Was ist das jetzt? Ja, wir können dich hören. Gut. Ich brauche Sie zu dem neuen Planet Namek, und sofort holen die Dragon Balls. Aber... 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 Wir haben viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Vegeta, was du bist? Es ist ein bisschen early für uns die Dragon Balls. Kakarot, wie viele Male Male haben Sie erzählt die Erde und ihre Leute? Warum hast du mich gefragt? Uh... Quite a few times, I guess. Ich denke, es ist Zeit, die Leute von der Erde zu retten sich selbst für einmal. Was ist das so? Dende? Oh? Was ist das so? Was ist das so? Oh? Wir sind schon ein Gegenüber. Das ist die Situation. Komm, lass uns hurry. Danke! Vegeta, wir haben alle 7 der Dragon Balls genommen, wie du sagst! Gut. Jetzt gehst du an den Namekian Dragon! Ich habe zwei Worte für dich zu machen. Erstens, um die Erde zurück zu dem, wie es war. Dann gehst du zurück zu dem Tag der Welt-Tournamenten zurück. Entschuldigung, natürlich, jemanden, der ist evil. Das sind die zwei Worte. Ich mache jetzt die Worte? Was über die dritte Worte? Die dritte Worte geht nicht. Du hast zu hurry. Vegeta, über das zweite Worte. Es wäre wahrscheinlich einfacher zu bringen, einfach zu bringen, dass alle von der Böe, nicht wahr? Wenn wir das fragen, für das! Babidi und Daburu werden auch wieder zurückgebracht! Plus, alle die Leute, die ich in der Welt-Tournament-Arena nicht wieder zurückgebracht werden! Oh, ja! Man! 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 Wir haben ein Problem! Ich erinnere mich, dass Purunga nur eine Person aus dem Tod zurückgebracht hat! Ha, 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 ha! Das ist kein Problem mehr. Nach dem Anfall mit Frieza, Ich habe die Freiheit, die Worte zu erzeugen, die Worte zu erzeugen, die Worte zu erzeugen. Polizzi. Wir haben wirklich, damit wir wieder so viele Menschen zurückgebracht haben, wie wir wollen! Nichts, alles ist okay! Gut. Jetzt, machen die Worte! Schilder, Schilder, Panice! Musik Schilder! Jetzt, Schilder, 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 Sponsorgel, Schilder! Schilder, Musik Worte! Schilder, A far away planet called Earth was recently destroyed. Please bring it back. Okay, consider it done. Wirklich? Your first witch has been granted. Yeah! Now then, state your second witch. Uh, um, how should I phrase this? Pipotara Sarimanpopo Toteripo! Um, please bring back all those killed after the wizard Babidi arrived on Earth. Oh, except anyone evil! Understood. However, it will take some time. That is a lot of people to revive. Right. What? What's wrong, Dendee? Have you made the wishes yet? Hey now! Quit your yammering, would you? This Porongo fellow is doing what he can! Thank you for your patience. Your second wish has been granted. Vegeta, we did it! Everyone should be back now! Look! Your halo's gone, Vegeta! You're alive now! That's great! I guess that means you're not a bad guy after all! What the? W-Wait a sec! W-Wasn't I... killed by Buu? Uh, huh? What's going on? Huh? Oh, I think I get it now. You're thinking of having Gohan and Gotenks join us in the fight! No. You're going to prepare that attack of yours. The Spirit Bomb! A Spirit Bomb? Really? You're kidding me, right? Who's totally not going to let me gather energy, little by little, from people on Earth? Didn't I tell you that the people of Earth need to save themselves for once? It's not going to be little by little. They're going to give every ounce of energy they've got! Hey! Supreme Kai! Listen up! Get me in touch with the people of Earth! Right away! Leave that to me! That's my specialty! W-Who's that? I know that voice! It's King Kai! Bingo! Bingo! You know, Vegeta, I'm quite touched you thought of my technique! Now then, speak! Not just the Earth, but the entire universe is listening! Good. Thanks. People of Earth! Listen here! I'm communicating with you from a far away place! Everyone of you was killed by Majin Buu, but we used a strange power to bring you all back to life! Everything should be back to the way it was before! And no, this is not some kind of dream you're having! As I speak, right at this very second, there's a warrior here fighting Majin Buu on your behalf! But the truth of the matter is, he's run out of energy and can't fight anymore! That's why we need your help! Raise your hands into the air! We're going to use your energy to defeat Majin Buu! You'll feel tired afterward, but no more tired than after a good workout! Now, raise your hands! All right, Kakarot, begin! You bet! Everyone! Lend me as much of your energy as you can! Please! He's forming a spirit bomb! You got it, Dad! Huh. That didn't sound like Vegeta in the slightest. You heard the man? Hands up! Hands up! Huh? What? Whoa! Here it is! This thing's huge! I can feel energy from Gohan and the others! It's still not enough! Why? Watch out, everyone! Sounds like your energy could really be drained! That sounds painful! It's gotta be a trap! Yeah, I'm not gonna listen to some mysterious voice in the sky! I bet it's that Bobbity guy trying to trick us again! T-Damn those bastards! Not a single one of them are listening to a word I said! Uh, hey, uh, w-w-where are these voices coming from? Uh! Uh! Damn! Things are looking grim! The fat one's hanging on by only a thread! What are you doing?! Cut it out! Stop it right now! Eh? D-Damn it! He spotted it! Kakarot! I'm going to try and buy us some more time! You try and convince the imbeciles of Earth to give you more energy! Oh, I'm going to try and convince the imbeciles of Earth to give you more energy! Oh, no! Schon bin ich ein Bonbon! Oh, nein! You're not in that power! I'm going to try and get it! That is not easy! You're not even to be full of power! Is it done yet?! Ryuk! Take her out! Big bang! Ich bedanke mich, bitte lass mir deine Energie! Wir brauchen alle Hilfe! Wir brauchen alle Hilfe! Wir brauchen alle Hilfe! Hör auf den Luft! Hör auf! Hör auf! Diese Sprache! Genau. Ich weiß endlich, wer diese Sprache belongs. Er belongs zu Goku. Er und die anderen fighten. Margin Buu. Hör auf, Upa! Hör auf die Gäste! Ich verstehe. Also ist das, wer es ist. Hm. Es ist lange, seit ich diese Sprache habe gehört. Es ist Goku. Es ist Goku. Es ist Goku. Genau! Ich wusste es ihn! Es ist nicht gut. Ich habe nur ein klein bisschen mehr bekommen. Was ist passiert? Warum sind die Leute mir ihre Energie? Everyone! Hurry up! Ich dachte, ihr seid ihr über die Erde. Wie über die Universität? Kommt ihr morons! Was? Was? Er hat uns morons? Wow! Er hat ein bisschen nervös, nicht er? Wisst ihr was? Er hat ihn einfach nicht. Ich glaube, das alles ist nur eine LIE. Das Majin Buu ist wahrscheinlich nicht real. Ja! Wir haben wahrscheinlich nur ein paar Hypnotisten. Das ist genug! Es ist genug! All of euch! Warum in der Hölle nicht ihr cooperate? Sie wollen nicht ignorieren, von dem großen Mr. Satan auch? Was? Mr. Satan? Huh? Was ist er da? Was ist er da? Es ist wirklich ihn! Es ist Mr. Satan! W-w-wait! So ist es Mr. Satan, der kämpft Majin Buu jetzt? Ja! Das ist richtig! Ich werde meine Zin Buu pulverieren. Aber ich brauche jedenfalls Hilfe, um das zu tun! Ha! Punkt! Punkt. Sorry, I figured they wouldn't believe me unless I said I was fighting. The important thing is, is that Boo's defeated, right? Mr. Satan! Mr. Satan! Mr. Satan! Mr. Satan! Mr. Satan! Here, Dad! Go, Dad, go! Is it done yet? What's taking so long? Come on, Vegeta! Hang in there! It's... it's no good! It's done! Get out of the way, Vegeta! You're gonna get caught in the blast! For... forget about me, you idiot! Just... just throw the damn thing already! You too, Chibi-Boo! You too, Chibi-Boo! You too, Chibi-Boo! Mr. Satan and everyone... Everyone went through a lot to get this! Why turn now? Yes! I'm not gonna let it go to waste! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Hey Tchalla! Boah, ich bin wieder zu langsam. Boah, ich bin jetzt! NOOOOO! Huh? Vegeta ist weg! DO IT! Hurry up and blow this guy to pieces! Way to go, Mr. Satan! You know, I was wrong about you. You really are! YOU! NOOOOO! 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 NOOOOOOOOOOOOO! NOOOOO! 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 We... we forgot one thing... Kakarot's too weak to make it work. What? Jetzt müssen wir was tun tun? Wie lange muss ich warten? Nicht ein Drittel? Das stimmt! Porunga! Kannst du die Energie von jemandem, Goku? Ich kann. Das ist großartig! Bitte jetzt! Burrito Porro! Es ist nicht gut! Goku! Ich benutze das letzte Wille, um deine Energie zu retten! Sie sind zurück zu vollem Kraft? Ja, ich bin sicher! Danke, Dragon Balls! Du bist großartig! Du bist großartig! Du bist großartig! Ich hoffe, du bist großartig! Ich hoffe, du bist gut für jemanden. Ich will dich ein-on-one gegen dich! Ich werde warten! Und ich werde weiterentwickeln! Ich werde weiterentwickeln! Du bist zu viel sterile! Untertitelung des ZDF, 2020 Geschafft! Das war wieder sehr schön umgesetzt. Ich wusste, es kommt. Ach, das Spiel ist einfach so ein tolles Fanwork. Das ist echt... Man kann sich mit ein paar Zähnen aufdrehen, die gestrichen sind, ey. Aber so ein paar epische Sachen einfach... Und wenn die Nostalgie dazu noch kommt, ist einfach... Ah, da kribbelt dir einfach jedes Haar auf der Haut, ey. Phew. D-Did you do it? You did it, right? Ha, 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 ha. People of Earth, this is the World Martial Arts Champion, Mr. Satan. Thanks to your efforts, the terrifying Majibu has finally been defeated. You can rest easy now. His reign of terror has come to an end. Mr. Satan, Mr. Satan. Das sind natürlich unglaublich lange Passagen, wo man einfach gar nichts macht. Aber es, was willst du machen? Was willst du verändern? Ist halt, die Story wird gut erzählt. Aber echt gut. Manche Szenen sind einfach so viel geiler aus im Spiel und andere wieder doof. Aber vor allem diese ganzen Effekte, das kannst du einfach nicht vergleichen mit der Serie. Wie krass die rüberkommen. Was ist er da, Junge? Huh? Hey, es ist Boo! Huh? What? Er ist, er ist still alive! Oh, please, please, du musst ihn heal! Du kannst das, richtig? Mit dem wunderschönen Kraft von deinem? Don't be ridiculous, you moron! Get out of the way! I'm going to finish him off! Stop! No! Don't kill him! He's... He's not a bad guy! I swear! Look! Please! I'm begging you! I promise! I promise I'll keep an eye on him! Keep an eye on him? Don't make me laugh! What can a powerless fool like you do? Go ahead and heal Boo, Dende. W-What?! Are you out of your mind?! Come on, Vegeta. It'll be fine. If it weren't for these two here, all of us would be dead. Isn't that right? Tch. Fine. Do whatever you want. I don't give a damn. Oh, thank you. Oh, thank you so much. All right. Once Boo's healed, let's head back to Earth. I'm dying for a bite to eat and a good long nap. And so, Goku and the others finally return to Earth. Hi, everyone! Yo! It was a long overdue reunion with friends and family. Hehehe! 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 Oh, sehr schön! With one less than welcome addition. Das war's für mich, Leute. Der Supreme Kai hat mir das Leben gegeben, damit ich zurückkehren kann. Du meinst, dass wir endlich eine Familie wieder sein können? Alle vier von uns? Du, mich, Gohan und Goten? Ja, wir gehen nach Mount Paozu. Ich habe wirklich gebraucht, Chi-Chi. In diesem Weltraum, gibt es sechs mystische Worte, sogenannten die Dragon Balls. Goku und seine Freunde, diese magischen Worte sind weit, weit von oben. Obwohl es viele weitere Sorgen und Herausforderungen liegen für sie. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Ich habe ein bisschen gebraucht, was ich meine Liebe beinniere, ich werde nochmal eine gonfische Worte sein können. Das war's für Sie. Wie wäre ihr, bei derぞter Erinnerung der Website, bei der Zeit hinterlassen, am passiert oder sie mitzitzen kann? Ja, es sollen ja DLCs kommen, also ich glaube, zwei Story-DLCs sind bestätigt, soviel ich weiß, glaube ich, im Moment. Und es ist halt eine gute Basis. Du kannst jetzt auf der Erde immer noch weitermachen. Aber sehr geil. Waren es auch knapp 40 Stunden, also allein für die Hauptstory. Wenn du jetzt natürlich deinen ganzen Nebenkram machst, du kannst ja noch alle Gegner wiederbeleben und nochmal bekämpfen für das Brett, für das Community-Board. Du kannst die Charaktere weiterleveln. Aber wirklich super feines, geiles Dragon Ball Z-Spiel, ey. Also, um die Story nochmal zu spielen und zu erleben. Egao-Ultra Z-D-D-D-D Und das Spiel durchzuspielen ist immer noch schneller als wenn man die Serie geguckt hätte komplett. Die DBZ-Saga. Oder Dragon Ball Kai, die überarbeitete DBZ-Saga. Das war eine schöne Szene, wo der Kui getötet hat. Ginyu Force. Ginyu Force fand ich schade, dass sie ihren Move nur ein einziges Mal gezeigt haben als Auftritt. San Gogo ist einfach die coolste Sau, mit der man groß werden konnte. Und er hat immer Hunger. Oh, man muss die Credits durchlaufen lassen, wenn ich das richtig gerade mitkriege. Ja. Dann reden wir noch ein bisschen über Zukunft. Was spielen wir jetzt? Ist ja so schlimm wie bei Monster Hunter. Da musstest du auch die Credits durchlaufen lassen, weil sonst das Spiel... Wir können über die schönsten Momente in Dragon Ball Z reden. Oder in Dragon Ball. Also ich finde eigentlich am schönsten, wenn Cell besiegt wird. Dass sein Vater aus dem Jenseits noch mit Gohan redet und ihm sagt, dass er es schaffen kann. Das finde ich einfach so vom Emotionalen, so diese Vater-Sohn-Beziehung und dieser Glauben an ihn, dass er es schaffen kann, fand ich einfach geil. Jetzt kommen noch mal alle Tracks vom Spiel. Was wären deine drei Wünsche an Shenlong, wenn du alle Dragon Ball hättest? Was wären deine drei Wünsche an Shenlong, wenn du alle Dragon Ball hättest? Das Balthasar ewig leben kann. Nein, das Balthasar erst sterben darf, wenn ich sterbe. Das war ewiges Leben, was hast du davon? Wird dir irgendwann langweilig. Am besten ist die Stelle, wo Gohan ausrastet, weil Cell C19 zertritt. Ist das nicht C16? Ah, wurde doch schon korrigiert, das ist C16. Und da ist glaube ich gerade die Stelle, oder? Ja. Vor allem Hammer, also wirklich jetzt klar, dass sie im Book nochmal die ganzen Szenen zeigen, weil das sind genau die Szenen, wo die wirklich Hand anlegen mussten. Ne? Das ist halt nicht nur Gameplay. Das ist halt so schon weh, als wenn die eine eigene Serie produzieren mussten. Da ist meine Lieblingsszene. Und da oben ist die beschissenste Zeit der Serie. Das haben sie auch gut gemacht, wo Vegeta sich selbst sprengt, ey. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Toll. Gohan sollte ja Goku ablösen, als er so stark wurde durch den Kario, ohne zum Super Sergeant 3 zu werden. Ja, Goku wird immer nur die Macht geweckt. Wann trainiert der schon mal richtig? Einmal der Namekianische Oberälteste macht ihn stärker und weckt die Kraft in ihm. Aber da er vorher so mies war mit Saiyaman und so weiter, haben sie doch Goku behalten. Ja, und bald kommt das, wie heißt es, nämlich der Anime, dieser Fußball-Anime. Scheiße. Haben sie nämlich angekündigt, Bandai, dass davon auch ins Spiel kommt. Wo die über die Erdkugel laufen eigentlich und dann das Tor irgendwann im Horizont auftaucht durch die Erdkrümmung. Nicht Kickers, das andere. Bei Kickers ist es mit Gregor, genau, Tsubasa Osora kommt als, wirklich als Spiel raus, als Anime-Fußball-Kicker. Wo die nämlich, das soll nämlich da weitergehen, wo die Serie aufgehört hat. Wo die zur, ähm, Tsubasa Osora 2002, glaube ich, war es ja damals. Wo ja in Japan die Fußball-WM war, wenn ich mich recht entsinne. Da haben die das dann nochmal aufgelegt. Und da soll es nämlich dann weitergehen. Also mit den Erwachsenen schon und dann kannst du auch die Superschüsse machen und alles. Das kann nur Hammer werden. Vegeta, Frieza, Cell und Buu. Ich habe alle Typen von Kriegern in meinem Zeitpunkt. Aber wer weiß, welche anderen verrückten, starken Leute sind noch da draußen. Ich kann es nicht warten, zu finden. Okay, jetzt, um stärker zu werden, als je früher vorher. Bist du das, Krillin? Man, kassel Leistung, wenn du mit diesem rosa Freak Buu besiegt hast. Oder den rosa Freak. Ohne dich wäre die Erde und das ganze Universum wahrscheinlich schon Geschichte. Ja gut, dass Buu weg ist, aber ich habe ihn nicht allein erledigen können. Wahrscheinlich habe ich zu wenig trainiert. Ich glaube nicht, dass du jemals zu viel trainieren könntest. Aber so bist du eben, was? Du willst immer gegen jemanden noch stärkeren kämpfen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber wenn ein Schurkel nach dem anderen auftauchen würde, wäre das ein Problem. Auf jeden Fall. Aber ja, wenn du stärker werden willst und ich weiß, dass du das willst, werde ich dich nicht davon abhalten. Wenn jemand der stärkste unter den Lebenden ist, dann du. Sollst du meinen Päuschen brauchen, schau einfach bei mir an. Und dann bin ich mir vorbei. Ein neues Menü wird zum Trainingsgelände hinzugefügt. Was? Noch ein Anruf? Wohl, man wird jetzt erzählen wahrscheinlich, dass im Trainingsraum was Neues dabei ist. Ich habe endlich die Freiheit zu tun, was ich will. Aber weißt du, an wen ich mich immer denken muss? An Trunks, den aus der Zukunft meine ich. Ich frage mich, ob es ihm gut geht und ob er seiner Zeit endlich Frieden bringen konnte. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr will ich ihn wiedersehen. Nun, das ist in der Zukunft, oder? Du wirst eine Zeitmaschine brauchen, um ihn wiederzusehen. Zeitreisen, das wäre mir nie eingefallen. Meine Güte. Von diesem lächerlichen Einwurf mal abgesehen. Die Zeitmaschine ist fort. Und sie wurde von meinem zukünftigen Ich gebaut. Moment, das ist es. Wenn ich eine Zeitmaschine brauche, dann baue ich einfach eine. Wenn mein zukünftiges Ich das kann, dann schaffe ich das auch. Wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Okay, dann die Ärmel hochgekremmelt und an die Arbeit. Hm. Nachdem Achenbu besiegt wurde, kehrt der Frieden endlich ins Universum zurück. Doch das ist noch nicht das Ende von Son Gokus Geschichte. Welche neuen mächtigen Freunde und Feinde warten dort draußen? Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Erkunde die Welt und sieh, was du entdecken kannst, während du Son Goku hilfst, noch stärker zu werden. Tja, Prolog abgeschlossen. Jetzt startet das Hauptspiel. Namek-Gebiet wurde freigeschaltet. Land der Kaioshin-Gebiet wurde freigeschaltet. Gebiet abseits der Erde wurde freigeschaltet. Und es gibt lauter Nebenquests. Nun kannst du Meister Kaioshin gehen. Zu neuen Namek. Und ganz viel Nebenquest-Kram machen. Och. Aber für heute bin ich erstmal auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall danke zum Schauen bis hierhin. Erstmal Dragon Ball Z. Und... Also Dragon Ball Z Kakarot. Wie gesagt, story-technisch gut inszeniert. Nebenquests waren so... Ja, Lali-Fali. Aber jetzt kann man noch bis Level 250 gehen. Und Nebenquests machen, Leute wieder beleben. Und so weiter und so fort. Und... ganze Menge also. Bis zum nächsten Mal.